Hallo zusammen, ich bin Nardita. Ich arbeite in der Hauswirtschaft als Berufsbildnerin im Stiftung Zollinger Heim. Mein Alltag sieht so aus. Kommt mit! Zur Hauswirtschaft gehört das Bereich Reinigung, Wäscherei, Service und Küche. Die Hauswirtschaftslehre in Zollinger Stiftung ist sehr vielfältig und abwechselnd. Schöne ist, dass man in der Hauswirtschaft in verschiedenen Bereichen eine gute Wissenstadt vermittelt bekommt und dabei unterstützt wird. So, jetzt habt ihr meinen Alltag gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewerbt euch! Achtung! Vielen Dank.